Angelina Jolie versucht mit allen Mitteln, das Sorgerecht für ihre Kinder zu behalten und scheut sich nicht, subtile Spitzen gegen ihren Ex-Mann Brad Pitt auszuteilen. Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Seit fünf Jahren kämpfen Angelina Jolie, 45, und Brad Pitt, 57, nun schon vor Gericht um ihre Kinder. Vor wenigen Tagen gab es ein erstes, vorläufiges Ergebnis. Wie US-Medien einstimmig berichteten, hat sich Pitt im Sorgerechtsstreit für die noch minderjährigen Kinder des Ex-Paars durchgesetzt. Brad wurde deutlich mehr Zeit mit den Kids zuerkannt. Zuvor hatte er nur sehr begrenzte Zeit, so ein Insider gegenüber People. Diese Vereinbarung will Angelina Jolie allerdings nicht so einfach akzeptieren. In einem neuen Interview, das die Schauspieler gegenüber Bild gegeben hat, schwärmt sie von ihrem harmonischen Familienleben und äußert sich kryptisch über ihre Vergangenheit. Angelina Jolie. In mir schlummert ein Tier. Wenn Jolie nicht vor oder hinter der Kamera steht, sei sie bei ihren Kindern. Am liebsten sitze sie mit ihnen auf dem Boden und verziere Malbücher, oder hüpfe mit ihnen auf dem Trampolin. Jeden Abend lese sie ihren Sprösslingen eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Kein Märchen, sondern eine Geschichte, die ich selbst erfinde und meine Kinder in den Hauptrollen mit einbeziehe, so die Filmproduzentin. Ich erzähle ihnen gerne Geschichten, die am Ende eine Moral haben. Darin kann man Momente der inneren Ruhe finden, die einen mit Liebe erfüllen und glücklich machen. Doch so harmonisch war es nicht immer. In ihrem Rosenkrieg beschuldigte Jolie ihren Ex-Mann Brad Pitt vor Gericht unter anderem der häuslichen Gewalt. Ich bin sehr beschützerisch, was meine Kinder angeht, sagt sie heute. Als meine Kids noch jung waren, gab es Situationen, in denen die Löwenmama in mir zum Vorschein kam. Plötzlich habe ich gemerkt, in mir schlummert ein Tier. Dass seine Jungen beschützen will. Und auch im aktuellen Sorgerechtsstreit will Jolie ihre Kinder beschützen, um jeden Preis. Wenn deine Kinder noch jung sind, geht es mehr darum, sie körperlich zu beschützen, sagt die Schauspielerin. Je älter sie werden, macht man sich als Elternteil plötzlich Gedanken darüber, wie es ihnen mental geht. Es wird dann wichtiger, mit wem sie sich umgeben und wer ihr Leben destabilisieren oder ganz aus der Bahn werfen könnte. Verhindert sie deswegen so vehement, dass ihre Kinder mehr Zeit mit Brad Pitt verbringen?